Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge den Samstag mit mir den Simon. Wir spielen diesmal, wie ihr schon sehen könnt, League of Legends und wir fangen mitten im Game an. League of Legends ist ein Spiel, wo ich ein bisschen Angst habe, das aufzunehmen, weil ich nicht sehr gut bin. Er erwartet also keine krassen Sachen. Ich hatte ganz schön krasse Probleme, ein Spiel zu finden, weil um die Uhrzeit, wie ich gerade aufnehme, ich habe übrigens im Moment frei, deshalb nehme ich zu einer Uhrzeit auf, die relativ früh ist. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass weniger Leute online sind und auf jeden Fall auch weniger Supporter. Niemand will Support spielen und alle, die Supporter bekommen bei der abwechselnden Wahl da, sind dann Leute, die dann sowas wie Lux picken. Immerhin hat er sich das Supporter-Item geholt. Wir schauen mal, ob wir was reißen können. Ich hoffe sehr, dass wir schnell, also dass es nicht so eine abgekackte Runde wird. Ich werde ein paar Sachen wahrscheinlich aufnehmen. Also ich werde wahrscheinlich mehrere Folgen aufnehmen müssen, bis ich wirklich eine Folge finde. Das ist jetzt die erste, die ich aufnehme. Das wäre krass, wenn ihr das hier tatsächlich seht. Ansonsten würde ich ja gerade zu niemandem reden. An sich habe ich eigentlich auch Lust, LOL aufzunehmen. Im Moment habe ich gerade wieder Bock auf LOL bekommen. Ich habe lange Zeit, also ich bin Level 30, ich habe da schon ein bisschen gespielt. Ich habe nie Ranks gespielt. Nur ich hatte immer ein Problem am Anfang. Ich habe mich an die feste Kamera gewöhnt. Und jetzt seit ein paar Tagen versuche ich halt, ohne feste Kamera auszukommen. Was ist kompliziertes? Da wurde ich schon getroffen. Nice. Den Chat sollte ich vielleicht ausmachen. Das wäre vielleicht schlau. Okay, da kommt die Lux. Last Hitten, also... Ihr werdet sehen, ich bin nicht der krasseste Typ. Da habe ich schon ein Lasted verpasst. Oh Gott. Ich bin natürlich jetzt extrem gespannt durch die Aufnahme. Oh Gott. Will der direkt? Okay. Zack. Den habe ich bekommen noch. Aus irgendeinem Grund hat er die Minion nicht angegriffen. Das ist was Gutes. Wir haben einen... Oh Gott, das könnte schwierig werden gegen einen... Oh Gott, wie er mich immer trifft. Gegen einen Ezreal. Ich weiß halt nicht, wie gut der ist. Die Lux kann auf jeden Fall schon mal ganz gut... Wir haben halt auf jeden Fall Damage, ne? Aber die haben einen echten Supporter. Dadurch haben die den Vorteil eigentlich. In Level 2, wir sollten aufpassen. Okay, cool. Okay, die haben die Lane richtig krass reingepusht. Den habe ich bekommen. Anfang ist es halt wie immer Lasted. Wie bei LOL halt immer, ne? Ich werde vielleicht teilweise nicht so viel reden. Weil ich einfach hammer mega konzentriert bin. Weil ich, wie gesagt, ich bin nicht gut. Ich lerne es gerade eigentlich nach dem Spiel. Oh Gott, da habe ich wirklich keinen bekommen. Oh Gott. Ihr seht, perfekte Leistung, die ich hier gerade abbringe. Den kriege ich. Fuck. Ugh. Okay, den fetten müssen wir uns holen. Der bringt viel Gold. Okay, den haben wir bekommen immerhin. Okay, wer ist als erstes ready? Der da. Ich habe echt keinen... Oh, das ist furchtbar. Unsere Lux ist schon ganz schön low wieder. Und jetzt. Lol, hat die sich den genommen? Willst du mich verarschen? Okay, und da bin ich gehuckt. Wenn wir mal das hier noch wegkommen. Ja, ich muss den Exusen. Oh Gott. Okay. Ich glaube, glaube ich, relativ viel Lifestyle in meinem Runen. Ne, in meinem Runen habe ich keinen Lifestyle mit. Aber ich glaube, Dorans Ring hat ein bisschen... Genau, in meinen Masteries habe ich Lifestyle mit. Also immer schön Minions hätten. Ich muss mich halt auf alles konzentrieren. Scheiße. Okay, wir machen mal eine E rein. Damit die sich mal ein bisschen verpissen, die Typen. Ah, unterm Tower-Farm. Noch schlimmer. Habe ich auch nicht bekommen? Ich habe 10 Lastsets. Das hat über doppelt so viele. Ja, ich werde bestimmt relativ viel rumweinen. Ich habe super wenig Leben. Ich muss richtig krass aufpassen. Okay, jetzt. Ah, das ist abzuschätzen, ne? Oh, ich habe den fast bekommen. Okay, den habe ich bekommen. Oh Gott, ihr seht. Oh, es steht schon 2-0. Äh, 0-2 für die. Geil. Ich muss eigentlich mal versuchen, meine Queues zu treffen. Oh, habe ich. Guck mal, ich habe einen Queue getroffen. Immerhin. Wenn der jetzt nochmal rankommt. Im Moment habe ich mehr Leben als er, ne? Okay, einfach konzentrieren und Lastsitten. Okay. Und der hier. Und was macht die denn? Wollt ihr den vorbereiten? Scheiß, Luchs. Okay. Ich glaube, ich habe den Thresh getroffen, oder? Den Thresh. Oh Gott. Der ist jetzt ready, oder? Der ist ready. Wir kriegen gerade einen Gang, glaube ich. Ich bait die mal ein bisschen. Kommt ran. Ich glaube, dem No Water, oder? Oh, die Shyvana ist auch schon wieder weg. Sehr gut. Der ist relativ low, aber wir sollten auf jeden Fall nicht overextenden. Der ist low, weil die Luchs halt gut, äh, den die ganze Zeit, äh, äh, bisschen poked. Zack, mein Last. Ach, komm. Oh, wow. Habe ich auch nicht bekommen. Okay, den habe ich. Wir haben relativ viel Mana. Ich kann mal eine E reinmachen. Normalerweise am Anfang relativ viel Mana Probleme. Ich habe ein bisschen Angst vor Gangs. Okay, das war vielleicht nicht so schlau. Huh, da wäre ich gerade ein bisschen alleine. Was macht denn die Luchs? Schreibt die gerade, oder? Okay, der geht auf jeden Fall schon mal weg. Das war, könnte vielleicht, ah, da waren wir nur ein Bait, oder? Da wollte ich zu weit gehen. Da war keiner hinter. Okay, die Luchs kann auf jeden Fall für uns poken. Immerhin. So, die hole ich mir jetzt alle, die Minions. Ein paar auf jeden Fall. So, der Minion. Ah, Last Hitten. Oh Gott, die Last Hitten halt auch teilweise. Da zwei Last Hits hat die jetzt irgendwie bekommen. Irgendwie hittet die ganz dumm die Minions die ganze Zeit. Ich weiß, was die machen will. Die will halt irgendwie vorbereiten. Also richtig hinkriegen tut sie es auch nicht. Macht mir das ein bisschen schwerer, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir sollten back. Noch nicht ganz eigentlich. Am liebsten, ich brauche 1300 Gold für meinen BF. Und dann habe ich einen kleinen Power Spike. Könnten wir vielleicht sogar was versuchen. Okay. Der habe ich nicht bekommen, obwohl ich dafür meine Q geopfert habe. Ah, ich bin so kacke. Aber gut. Habe ich euch am Anfang ja gesagt, ich bin nicht der LOL-Experte. 1 zu 3 steht es gerade. Ich habe 35 CS, der hat 42. In der zehnten Minute, oh Gott. Oder, ne, siebte Minute ist es, aber... Okay, wir können uns auf jeden Fall das Riesenschwert kaufen. Zwei Pots und dann geht's wieder auf die Lane. Okay, alles klar. Wir sind auf jeden Fall noch nicht gestorben. Immerhin, ne? Ich meine, wir sind vom Farm behind. Der hat jetzt seine Träne. Und kann relativ krass, ähm... Spam. Aber wir könnten den bursten. Vor allem mit unserer... Mit der Lux als Support. Das könnte klappen? Fragezeichen? Wir schauen mal. Es steht 3-3. Das Game ist noch nicht komplett verloren. Noch nicht komplett verloren. Okay. Wir haben jetzt auch Ulti. Wir sind ein bisschen vor dem Level abgekommen, ne? Schade, dass ich ihn nicht getroffen habe. Okay. Jetzt müssen wir unterm Tower. Zack. Okay, das ging. Keine Ahnung, wo die sind. Die kommen jetzt zu denen, okay. Wollen wir fighten? Auf jeden Fall nicht so, oder? Ja, die ist aber auch low, ne? Aber wenn ihr die... Wenn ihr die packt, ne? Dann kann ich voll mein Ulti draufhauen. Das ist rügelgut. Oh, was machen die da? Echo kommt auch noch. Oh oh. Lol. Ulti! Mative Fähigkeit! Lol, das war gut! Oh lol. Autohits! Ich kann Autohits machen! Okay. Die haben wir nicht bekommen, sondern das Support. Okay, das lief. Das lief. Die Ulti hat übel viel Damage gemacht. Ich wollte gerade schon dodgen. Oh, den habe ich bekommen. Und den auch. Wir haben halt übelst den Power Spike, ne? Nimmt der jetzt wirklich mein Farm weg? Kann der mich... Der Typ hat mir wirklich mein Farm weggenommen. Dann soll er wenigstens beim Tower helfen, der Wichser. Flämmert der Typ noch? Oh, der ist low. Okay. Gut, alles klar. Das hat die gut gemacht. Okay, alles klar. Das ging. Oh, die Ari. Müssen wir die retten? Ja, alles cool, oder? Der Fresh ist da und die Ari. Wir können jetzt ein bisschen entspannter farmen, wa? Sollte vielleicht nicht meine... ...Q-Liga... ...äh, mein... ...Danger? Von wo? Ich habe gewordet. Die sind da... Oh, lol. Okay. Ich dachte schon, was ist das denn jetzt? Wir können uns ein nächstes Item holen. Wir haben zwei Kills bekommen. Und vom Farm haben wir nicht wirklich aufgeholt. Aber gut, im Ende hat der... Der, der, der... Ach, scheiße. Namen sind schwer. Was holen wir uns? Ich glaube, als nächstes... Das wichtigste Item ist ja das hier. Juh muss... Juh muss schlach mich tot. Holen uns ein Pot und dann laufen wir wieder auf die Lane. Boots wären nice, aber... Wir haben auf jeden Fall jetzt viel, viel mehr Damage als er. Vor allen Dingen, weil er sich auch nur Träne geholt hat zum Spammen. Und weil wir die Lux haben. Wenn die Lux, ähm... Warum ist die Mitte? Ich meine, ist eigentlich noch Laning Phase. Würde ich sagen. Okay, die haben die alle. Ah, ich habe Ulti. Ich kann, wenn da eine Wave ist... Kann ich die holen. Der, der, äh... Ach, ich habe... Ich vergesse, wie der gegnerische AD Carry gerade heißt. Ich heiße nochmal diese... Ach, Gott, Alter. Namen sind schwer. Okay, wir hauen einfach Ulti rein. Für die Minions halt. Können die halt nichts machen. Nicht, dass die meinen Tower nachher noch downkacken. Ach, scheiß, wie ist das nochmal? Ist das irgendwo? Ne, da nicht. Okay, wenn wir irgendwie rankommen. Wir haben ultra viel Damage. Okay, da geht er raus. Der ist voll hart reingegangen, als wir die alle gekillt haben irgendwie. Oh. Okay, alles cool. Alles cool. Die trauen sich jetzt nix erstmal. Oh Gott. Hintet der mich erstmal? Okay. Wir haben halt den Damage. Wir haben halt den Damage. Oh Gott, wenn das getroffen hätte, ne? Okay. Muss flashen. Oh, dass ich noch lebe, Alter. Dass ich noch lebe. Ich hab so einen Lack. Da hab ich mich richtig dumm hooken lassen. Okay. Gut, dass wir da jetzt nicht unseren, den Kill abgegeben haben an, ach scheiße. Thresh und wie heißt der andere? Fuck, fuck, fuck. Ich vergesse immer. Ähm, was holen wir uns? Boots. Boots auf jeden Fall. Wir waren relativ langsam unterwegs, ne? Und dann können wir uns noch einen Blade holen. Okay, cool. Oh, Danger. Deluxe macht es aber auch eigentlich ganz gut, Fragezeichen. Schade. Nee, ist aber eigentlich relativ gut gedodcht. Der ist halt drauf geflasht, ne? Okay, jetzt müssen wir was machen. Jetzt müssen wir Plays machen. Okay, ich hab gleich wieder Ulti. Nein, ich hab keinen bekommen. Nein, oh, ich bin so dumm. Thresh hat den Kill immerhin bekommen. Oh, fuck. Team Gold, 150, Alter. Oh Gott, Alter, ich hab... Nein. Ich weiß nicht. Ich bin halt einfach reingelaufen. Scheiße. Immerhin hat er nicht das bekommen, aber... Der Fresh hat den Kill bekommen. Der hat 2-1, der Fresh. Der hat aber halt viel mehr Farm. Ich hab so schlecht gefarmt. Sein Midlane hat noch schlechter gefarmt. Der hat halt Kills gefarmt. Deluxe farmt jetzt auch. Sehr gut. Fuck, und ich vergesse immer den Namen von den Spacko. Scheiße, wie ist das denn nochmal? Äh, ich hab's am Anfang der Folge doch mal gesagt. Steht das überhaupt irgendwo? Israel! Da steht's sogar, cool. Okay. Deluxe die ganze Zeit am Roam. Ein wirkliches Support hab ich da nicht, aber die konnte halt Damage machen, was halt gut war. Ah, den krieg ich noch. Nicht. Hab ich nicht bekommen. Ich friss das! Lol, warum ist die Q nicht rausgegangen? Ich bin so dumm. Okay. Ich muss meine Q benutzen, um die aufzuhalten. Alter Schwede. Hätte mich der Hook getroffen. Ich hätte mich, glaub ich... Alter Schwede. Ich glaub ich wär ausgerastet. Oh Gott. Q, geh raus! Und Sieg! Haha. Er frisst alles. Okay. Der geht da rein. Dahinter ist noch der Echo, ne? Zack! Ah, ich hab ihn gekillt! Ich hab ihn noch gekillt, wie geil. Das ist der Fresh. Der ist auch tot. Wir machen den Tower. Na, wir machen vielleicht nicht den Tower. Jetzt müssen wir den Tower machen. Zack. Okay, der ist weg. Ich bin zu weit weg. Ich werd einfach weiter farmen. Bin jetzt nicht direkt hinterher gerannt, ne? Aber werd ich einfach weiter farmen. Okay, der hat ihn noch bekommen. Und zack. Meine Ulti einfach richtig dumm genutzt, nur um ihn zu killen. Ganz schlecht eigentlich. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch einfach so killen können. Den Ezreal. Da ist er. Friss das! Okay, das hat ihn nicht getroffen. Der Fresh ist da. Kann er bitte gehen? Das sollte ihn genug geslowed haben, oder? Ja, jetzt werden die nicht mehr rankommen. Ich weiß nicht, ob der flashen will. Okay, ne. Ist cool. MF ist halt relativ schnell, ne? Durch ihre Passive von der W ist die ja noch ein bisschen schneller. Läuft, würd ich sagen. 3-1. Ich hab keinen Farm, quasi. Aber gefarmt wurde echt nicht. Gefarmt hab ich echt nicht. Jetzt bin ich aber noch schneller. Das ist gut. Gehen wir jetzt mal mit, oder so? Eigentlich will ich... Die Lux ist halt die ganze Zeit im Rome. Die macht's eigentlich ganz gut. 16-9. Zwei Drakes haben wir schon. Zwei Hüllendrachen. Loy. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich bekomme nicht so viel Miet. Go, Bot. You are sub. Ja, der hat einen guten Punkt, ne? Hat einen guten Punkt. Der ist alleine. Boah! Habt ihr den Damage gesehen? Alter, was? Oh mein Gott, ich sollte öfter meine Crew treffen. Alter, wenn wir den treffen nochmal. Der ist einfach RIP. Jetzt kommen die anderen alle. Okay, ich hab keinen Kill bekommen. Alter Schwede. Hat du meine Crew gesehen? Holy shit. Alter Schwede. Kann er wieder aufhören, meinen Farm zu nehmen? Oh, er nimmt sogar wirklich nicht meinen Farm. Die ist cool. Lässt mir meinen Farm. Das ist nett von ihr. Wo ich auch endlich mal farmen kann, weil ich... Jetzt ist es halt ein bisschen leichter zu farmen, weil ich so viel Damage einfach hab. Why the fuck do you hate me? Ja, es waren echt viele Leute immer Bot. Da hat er recht. Aber es ist gut. Für meine Folge auf jeden Fall. Jetzt hab ich nicht meine Ulti gelevelt, weil ich ein Noob bin. Scheiße. Ich hab auch den falschen Minion gequeued. Aber gut. Hat sich gereimt. Ich bin zufrieden soweit mit dem Spiel. Ich hab keinen Farm, aber ist in Ordnung. Der Isil wird halt übel gefickt. So, die sollten nicht mehr rankommen. Ich hab noch mein Ghostblade, ne? Hätte ich gerade aktivieren können, um den Freshkill zu bekommen. Da ist ein Amumu. Ich komm mal zu der Shyvana. Ich hab das Gefühl, die braucht Hilfe. So, wir hoffen mal, dass sie uns nicht zusammen ultet. Rotieren Mitte. Okay, wir sind unterwegs. Sack. Das war gut. Das war gut. Hab ich meine Ulti gerade gemacht? Ne. Hatte ich ja gar nicht ab, ne? Okay, cool. Ja, soweit muss ich echt nichts machen. Das war gut, dass wir so viel Damage hatten. Und der Ezreal war anscheinend... Der hat zwar immer getroffen, aber... So wirklich gut war der auch nicht, wa? Boah, wir sind einfach jetzt schon hier. Wir sind weit tatsächlich. Hinter uns. Der kann mich nicht machen. Der kann mich nicht machen, der ist tot. Rechtsklick, rechtsklick. Ich bin OP, ich mach rechtsklick. Rechtsklick. Uhu, rechtsklick. Ich kann... Habt ihr den Skill von mir gesehen? Ich hab gerechtsklickt. Oh, das ist die Ari. Uhu, das war lustig. Komm, krieg ich ne Q? Krieg ich ne Q auf sie? Über ein Minion? Wenn der Minion stirbt bei meiner Q, dann krieg ich ja sogar noch mehr Damage, ne? Ich komme. Rechtsklick, rechtsklick, rechtsklick. Oh, die haben surrendered. Oh, lol. Ja, geil. Wird tatsächlich nicht so ne lange Folge. Ähm, gewonnen. Yay. Äh, ja, das war doch hammer nice, oder? Äh, perfekt. Die erste Aufnahme, die ich jetzt gemacht hab, war direkt ne gute Folge. Ähm, ja, ich hab eigentlich nur rechtsklicken müssen. Das war ja, ihr habt gesehen, ich hab einige Minions am Anfang gemisst. Äh, war nicht so der gute Last-Hitter. Aber ich bin noch am Üben. Und, äh, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr mehr von LOL sehen wollt. Weil mir macht LOL im Moment richtig Bock. Und, äh, vielleicht sehen wir uns dann mal in einer anderen LOL-Folge, die vielleicht nicht als den Samstag kommt, sondern einfach mal so. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.